FSI German Basic Course Unit 16, Tape 2, Basic Sentences, Dialog for Comprehension, 1. Es freut mich, dass ich Sie vor Ihrer Abfahrt noch bei mir begrüßen kann. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich habe meine Abreise, die zuerst auf morgen festgelegt war, noch aufschieben können. Sind Sie mit dem Ergebnis der Verhandlungen, von denen Sie neulich sprachen, zufrieden? Im Allgemeinen ja. Gewisse Schwierigkeiten, mit denen ich gerechnet hatte, sind gar nicht eingetreten. Blieb Ihnen bei den geschäftlichen Aufträgen, die Sie ausführen mussten, auch Zeit für private Interessen? Ja, dieses Mal standen mir sogar mehrere Tage zur Verfügung. Und wie haben Sie die verbracht? Ich fuhrte vor zwei Wochen zur Segelregatta, die jedes Jahr in Kiel stattfindet. Bei der Gelegenheit habe ich mir auch zwei der großen Schiffswerften angesehen. Besuchten Sie auch eins der Nordseebäder? Ja, und von Norderney aus machte ich mit dem Dampfer einen Ausflug nach Helgoland. Sie erwähnten bereits bei unserer letzten Begegnung Ihr Interesse an der jüngsten Geschichte der Insel. Deshalb interessierte mich der Wiederaufbau. Außerdem aber auch die Fischerei und nicht zuletzt der Einkauf zollfreier Spiritosen. Und Sie haben sich sicher nicht entgehen lassen, die Austern und Hummern dort zu probieren? Natürlich nicht. So frisch schmecken Sie doch am besten. Two. Wohin werden Sie von hier aus fahren? Jetzt habe ich den Teil der Reise vor mir, der wohl weniger reizvoll sein wird. Die Städte, die ich jetzt besuchen muss, liegen im Ruhrgebiet. Die Fahrt dorthin kann sehr schön sein. Könnten Sie mir vielleicht einen Vorschlag machen, welche Strecke ich fahren soll? Warum fahren Sie nicht zuerst durch die Lüneburger Heide, die jetzt gerade blüht? Und dann durchs Weserbergland? Ja, das könnte ich mit meinen Plänen vereinbaren. Wie fahre ich dann weiter? Durch den Teutoburger Wald, dessen historische Bedeutung auf die Schlacht im Jahre 9 nach Christus zurückgeht. Ihr Vorschlag gefällt mir. Und wie weit ist es von dort bis zum Ruhrgebiet? Ich zeige es Ihnen gern auf der Autokarte. Seitdem ich einen Wagen habe, fahre ich diese Strecke öfter. Wenn ich es zeitlich schaffe, fahre ich dann auch noch an den Rhein, nach Heidelberg und durch den Schwarzwald zum Bodensee. Früher reichte mir die Zeit nie dazu aus. Das sind die Bilder, die Keller so gut gefielen. Bücher Das sind die Bücher, die Keller so gut gefielen. Wolldecken Das sind die Wolldecken, die Keller so gut gefielen. Ansichtskarten Das sind die Ansichtskarten, die Keller so gut gefielen. Häuser Das sind die Häuser, die Keller so gut gefielen. Gläser Das sind die Gläser, die Keller so gut gefielen. Glieder Das sind die Gläser, die Keller so gut gefielen. Two Das ist das Restaurant, das Herrn Mayer gehört. Geschäft Das ist das Geschäft, das Herrn Mayer gehört. Wäscherei Das ist die Wäscherei, die Herrn Mayer gehört. Betrieb Das ist der Betrieb, der Herrn Mayer gehört. Gasthof Das ist der Gasthof, der Herrn Mayer gehört. Reparaturwerkstatt Das ist die Reparaturwerkstatt, die Herrn Mayer gehört. Kaffee Das ist das Kaffee, das Herrn Mayer gehört. Three Ist das der Stoff, den du dir kauftest? Teppich Ist das der Teppich, den du dir kauftest? Möbel Sind das die Möbel, die du dir kauftest? Sessel Ist das der Sessel, den du dir kauftest? Tisch Ist das der Tisch, den du dir kauftest? Lampe Ist das die Lampe, die du dir kauftest? Bilder Sind das die Bilder, die du dir kauftest? Steppdecken Sind das die Steppdecken, die du dir kauftest? Wein Ist das der Wein, den du dir kauftest? Erd Ist das der Herd, den du dir kauftest? Kühlschrank Ist das der Kühlschrank, den du dir kauftest? Ohr Die Zeitung, um die sie mich baden, liegt auf ihrem Schreibtisch. Bericht Der Bericht, um den sie mich baden, liegt auf ihrem Schreibtisch. Artikel Der Artikel, um den sie mich baden, liegt auf ihrem Schreibtisch. Buch Das Buch, um das sie mich baden, liegt auf ihrem Schreibtisch. Unterlagen Die Unterlagen, um die sie mich baden, liegen auf ihrem Schreibtisch. Autokarte Die Autokarte, um die sie mich baden, liegt auf ihrem Schreibtisch. Lektüre Die Lektüre, um die sie mich baden, liegt auf ihrem Schreibtisch. Zigaretten Die Zigaretten, um die sie mich baden, liegen auf ihrem Schreibtisch. Briefpapier Das Briefpapier, um das sie mich baden, liegt auf ihrem Schreibtisch. Five Der Herr, den dieses Haus gehört, ist zurzeit in Berlin. Ehepaar Das Ehepaar, dem dieses Haus gehört, ist zurzeit in Berlin. Familie Die Familie, der dieses Haus gehört, ist zurzeit in Berlin. Dame Die Dame, der dieses Haus gehört, ist zurzeit in Berlin. Beckers Beckers, denen dieses Haus gehört, sind zurzeit in Berlin. Architekt Der Architekt, dem dieses Haus gehört, ist zurzeit in Berlin. Lehrerin Die Lehrerin, der dieses Haus gehört, ist zurzeit in Berlin. Redakteur Der Redakteur, dem dieses Haus gehört, ist zurzeit in Berlin. Professor Der Professor, dem dieses Haus gehört, ist zurzeit in Berlin. Sings Der Zahnarzt, dem meine Eltern das Haus verkauft haben, wohnt in der Gartenstraße. Ehepaar Das Ehepaar, dem meine Eltern das Haus verkauft haben, wohnt in der Gartenstraße. Dame Die Damen, denen meine Eltern das Haus verkauft haben, wohnt in der Gartenstraße. Frau Keller Frau Keller, der meine Eltern das Haus verkauft haben, wohnt in der Gartenstraße. Herr Der Herr, dem meine Eltern das Haus verkauft haben, wohnt in der Gartenstraße. Herr Der Herr, dem meine Eltern das Haus verkauft haben, wohnt in der Gartenstraße. Familie Die Familie, der meine Eltern das Haus verkauft haben, wohnt in der Gartenstraße. Seven Das Geschäft, in dem er arbeitet, ist in der Goethe-Straße. Gebäude Das Gebäude, in dem er arbeitet, ist in der Goethe-Straße. Betrieb Der Betrieb, in dem er arbeitet, ist in der Goethe-Straße. Läscherei Die Wäscherei, in der er arbeitet, ist in der Goethe-Straße. Apotheke Die Apotheke, in der er arbeitet, ist in der Goethe-Straße. Gasthof Der Gasthof, in dem er arbeitet, ist in der Goethe-Straße. Bank Die Bank, in der er arbeitet, ist in der Goethe-Straße. Das ist der Herr, dessen Sohn in Amerika studiert. Dame Das ist die Dame, deren Sohn in Amerika studiert. Ehepaar Das ist das Ehepaar, dessen Sohn in Amerika studiert. Zahnarzt Das ist der Zahnarzt, dessen Sohn in Amerika studiert. Architekt Das ist der Architekt, dessen Sohn in Amerika studiert. Diplomat Das ist der Diplomat, dessen Sohn in Amerika studiert. Lehrerin Das ist die Lehrerin, deren Sohn in Amerika studiert. Nein Ich habe die Abreise, die auf morgen festgelegt, beaufschieben können. Vortrag Ich habe den Vortrag, der auf morgen festgelegt war, aufschieben können. Verhandlung Ich habe die Verhandlung, die auf morgen festgelegt war, aufschieben können. Ausflug Ich habe den Ausflug, der auf morgen festgelegt war, aufschieben können. Autofahrt Ich habe die Autofahrt, die auf morgen festgelegt war, aufschieben können. Tagung Ich habe die Tagung, die auf morgen festgelegt war, aufschieben können. Konzert Ich habe das Konzert, das auf morgen festgelegt war, aufschieben können. Bergtour Ich habe die Bergtour, die auf morgen festgelegt war, aufschieben können. Rückreise Ich habe die Rückreise, die auf morgen festgelegt war, aufschieben können. Herr Schmidt sprach über den Film, der ihm so gut gefallen hat. Ausstellung Herr Schmidt sprach über die Ausstellung, die ihm so gut gefallen hat. Aufführung Herr Schmidt sprach über die Aufführung, die ihm so gut gefallen hat. Artikel Herr Schmidt sprach über den Artikel, der ihm so gut gefallen hat. Insel Herr Schmidt sprach über die Insel, die ihm so gut gefallen hat. Ausflug Herr Schmidt Herr Schmidt sprach über den Ausflug, der ihm so gut gefallen hat. Vortrag Herr Schmidt sprach über den Vortrag, der ihm so gut gefallen hat. Bergtour Herr Schmidt Herr Schmidt sprach über die Bergtour, die ihm so gut gefallen hat. Nordseebad Herr Schmidt sprach über das Nordseebad, das ihm so gut gefallen hat. Eleven Haben Sie schon den Geschäftsbrief gelesen, der auf Ihrem Schreibtisch liegt? Artikel Haben Sie schon den Artikel gelesen, der auf Ihrem Schreibtisch liegt? Bericht Haben Sie schon den Bericht gelesen, der auf Ihrem Schreibtisch liegt? Zollbestimmungen Zollbestimmungen Haben Sie schon die Zollbestimmungen gelesen, die auf Ihrem Schreibtisch liegen? Zeitung Haben Sie schon die Zeitung gelesen, die auf Ihrem Schreibtisch liegt? Buch Haben Sie schon das Buch gelesen, das auf Ihrem Schreibtisch liegt? Roman Haben Sie schon den Roman gelesen, der auf Ihrem Schreibtisch liegt? Well Ich traf den Professor, an den wir neulich geschrieben haben, in der Kunstausstellung Dame Ich traf die Dame, an die wir neulich geschrieben haben, in der Kunstausstellung Ich traf den Architekten, an den wir neulich geschrieben haben, in der Kunstausstellung Ehepaar Ich traf das Ehepaar, an das wir neulich geschrieben haben, in der Kunstausstellung Familie Ich traf die Familie, an die wir neulich geschrieben haben, in der Kunstausstellung Beamte Ich traf den Beamten, an den wir neulich geschrieben haben, in der Kunstausstellung Konsul Ich traf den Konsul, an den wir neulich geschrieben haben, in der Kunstausstellung Betriebsleiter Ich traf den Betriebsleiter, an den wir neulich geschrieben haben, in der Kunstausstellung Zahnarzt Ich traf den Zahnarzt, an den wir neulich geschrieben haben, in der Kunstausstellung Thirteen Vorgestern traf ich den Generalkonsul, dem sie mich auf dem Empfang vorgestellt haben Dame Vorgestern traf ich die Dame, der sie mich auf dem Empfang vorgestellt haben Ehepaar Vorgestern traf ich das Ehepaar, dem sie mich auf dem Empfang vorgestellt haben Familie Vorgestern traf ich die Familie, der sie mich auf dem Empfang vorgestellt haben Professor Vorgestern traf ich den Professor, dem sie mich auf dem Empfang vorgestellt haben Sportlehrer Sportlehrer Vorgestern traf ich die Sportlehrer, der sie mich auf dem Empfang vorgestellt haben Landrat Vorgestern traf ich den Landrat, dem sie mich auf dem Empfang vorgestellt haben Redakteur Vorgestern traf ich den Redakteur, dem sie mich auf dem Empfang vorgestellt haben Er begrüßt gerade das Ehepaar, dem wir unser Haus verkauft haben Zahnarzt Er begrüßt gerade den Zahnarzt, dem wir unser Haus verkauft haben Herr Er begrüßt gerade den Herrn, dem wir unser Haus verkauft haben Familie Er begrüßt gerade die Familie, der wir unser Haus verkauft haben Professor Er begrüßt gerade den Professor, dem wir unser Haus verkauft haben Lehrerin Er begrüßt gerade die Lehrerin, der wir unser Haus verkauft haben Konsul Er begrüßt gerade den Konsul, dem wir unser Haus verkauft haben Dame Er begrüßt gerade die Dame, der wir unser Haus verkauft haben Wirkt ihn Die Aufträge, mit denen ich gerechnet hatte, habe ich nicht bekommen Projekte Die Projekte, mit denen ich gerechnet hatte, habe ich nicht bekommen Formulare Die Formulare, mit denen ich gerechnet hatte, habe ich nicht bekommen Briefe Die Briefe, mit denen ich gerechnet hatte, habe ich nicht bekommen Berichte Die Berichte, mit denen ich gerechnet hatte, habe ich nicht bekommen Bücher Die Bücher, mit denen ich gerechnet hatte, habe ich nicht bekommen Sixteen Gestern sah ich die Kongresshalle, deren Bedeutung die meisten Berliner bekannt ist Jagdschloss Gestern sah ich das Jagdschloss, dessen Bedeutung den meisten Berlinern bekannt ist Gedächtniskirche Siegessäule Siegessäule Die Messe, die dort jedes Jahr stattfindet Messe Ich fuhr vor zwei Wochen zu der Messe, die dort jedes Jahr stattfindet Tagung Ich fuhr vor zwei Wochen zu der Tagung, die dort jedes Jahr stattfindet Bauausstellung Ich fuhr vor zwei Wochen zu der Bauausstellung, die dort jedes Jahr stattfindet Konferenz Konferenz Ich fuhr vor zwei Wochen zu der Konferenz, die dort jedes Jahr stattfindet Besprechung Ich fuhr vor zwei Wochen zu der Besprechung, die dort jedes Jahr stattfindet Aufführung Ich fuhr vor zwei Wochen zu der Aufführung, die dort jedes Jahr stattfindet 18 Setzen Sie sich mit dem Empfangschef in Verbindung, der Ihnen das Formular gegeben hat Frau Setzen Sie sich mit dem Beamten in Verbindung, der Ihnen das Formular gegeben hat Frau Setzen Sie sich mit der Frau in Verbindung, die Ihnen das Formular gegeben hat Vizekonsul Setzen Sie sich mit dem Vizekonsul in Verbindung, der Ihnen das Formular gegeben hat Lehrer oder Lehrerin Setzen Sie sich mit dem Lehrer oder der Lehrerin in Verbindung, die Ihnen das Formular gegeben hat Herr Keller Setzen Sie sich mit dem Lehrer oder Lehrerin in Verbindung, der Ihnen das Formular gegeben hat Sekretärin Setzen Sie sich mit der Sekretärin in Verbindung, die Ihnen das Formular gegeben hat Betriebsleiter Setzen Sie sich mit dem Betriebsleiter in Verbindung, der Ihnen das Formular gegeben hat Setzen Sie sich mit dem Betriebsleiter in Verbindung, der Ihnen das Formular gegeben hat Setzen Sie sich mit dem Betriebsleiter in Verbindung, der Ihnen das Formular gegeben hat .: hold upon Setzen Sie sich mit dem Betriebsleiter in einem drysten Passbau